Du darfst einen anderen jemanden was geben? Genau, ja dann gehst du halt unter den Baum, nimmst das Geschenk und das dauert halt ein bisschen länger, ist aber halt auch so ein bisschen gemütlich also dann kriegt halt jedes Geschenk auch irgendwie so ein bisschen Beachtung was ganz schön ist eigentlich Ok, ich geh glaube ich nochmal da hoch Wir müssen, weil ich hier hinten jetzt nicht losgegraben sehe ich jetzt irgendwie nicht ein Ja, mach ruhig zu Ja Da ist noch Gold Wann komm ich denn jetzt auf einmal, hier bin ich doch gerade eben durchgekommen Sind meine Haare gewachsen oder was? Äh So Hier geht es nämlich noch weiter runter, hier sind auch nochmal ein paar Laternen Alter, Alter, what the fuck Hä, what the fuck, irgendwelche Alien-Hasen? Hier sind drei Monster oder so am Start, ich bearbeite die gerade schon mit Pfeil und Bogen Am besten hier oben bleiben, schön mit Pfeil und Bogen runterziehen Okay, eins ist schonmal down Die anderen sehen echt aus wie so Kanickel Da kommt die hoch ne? Na gut Oh Da ist noch eins im Wasser, im Wasser Ja Na ja, Wasser Ja, ich weiß nicht ob das hier irgendwie... Wie tief das hier geht So Warte mal, ich muss mir grad mal ein paar neue Fackeln machen Warte Ähm Wollen wir jetzt weiter gehen, weil ich... Wir haben zwar... wir haben ja richtig viel Kohle gefunden Brauche ich mal wieder ein paar neue Fackeln Ja, 26 dürften erstmal... dürften es erstmal wieder tun Alter... Was ist denn bitte hier los? Was geht hier mal... Alter, wie tief das geht? Warte mal... Ich mach den gleichen Check wie eben Ich will grad wissen, weil... bevor wir ins Ungewisse springen Baue ich hier einfach was runter Warte... Schmeiß ich hier einfach die Fackel runter und dann schauen wir mal Okay, die Fackeln sich... Okay, es gibt Fallschaden Und die Viecher, die hier unten sind so lieb Warum bist du denn einfach gesprungen? Lol Weil ich eigentlich auf die andere Seite nur springen wollte Na verdammt, ich seh nichts mehr Ach, ich hab gar kein Baumaterial, deswegen Uh, ich hab ne Truhe gefunden Und ein Sledgehammer Yeah Ne, Putty... was? Puttybeater Was ist das? So'n Hammer Ja, was... was... wofür ist das? Steht da irgendwas dran? Ist Two-Handed... Äh... Crappy Hammer Ist das wahrscheinlich ne Waffe, oder? Ja, ist ne Waffe, ist ne Waffe Ja, cool Nice one, Bro So Oh, hier oben ist noch Silber, sehr schön Hier unten, wo ich bin, geht's die ganze Zeit noch weiter Und hier sind Fische, wie süß Ja, warum läufst du denn jetzt schon so weit vor? Wie vor? Ich bin runtergefallen Weil ich, äh, baue hier noch den ganzen Stuff ab, hier oben Ich seh schon, da vorne ist auch wieder noch ne Höhle Mit ganz viel Licht und so Oh, hier, oh, ist in der... Alter, ich hab hier richtig viel Eisen gefunden Krass Das brauchen wir auf jeden Fall auch Ich würd' mal sagen, das war richtig erfolgreich Gut, dass wir rechts rumgegangen sind Und gerade das, dass wir uns da runter gebaut haben, weißt du? Äh... Da, also, da hätten wir auch wirklich jedes andere nehmen können Aber genau da, und dann treffen wir auch noch einen Händler Bei dem man sich da was kaufen kann Wie geil ist das denn bitte, also... Das für... Warte, wo bist du jetzt? Ja, weiter oben Ich bin hier immer noch oben und baue hier Stuff ab Bin da, wo du eben runtergesprungen bist, bin ich rechts hoch Wo du eigentlich rüber springen wolltest Weißt du, was ich meine? Äh... Sagst du mal was? Ah, da oben sicht dein Licht, da, da sicht dein Licht Ich komme Ja, wir können ruhig gleich weiter runter Ich will nur gerade hier das Stuff noch mitnehmen Den, äh, das Zeug hier noch mitnehmen So Guck ich mal, ob hier oben noch was ist Kann er nicht schaden Ne, hier ist nix mehr, aber hier könnte noch was sein Loll Ähm... Stirb du, Drecksvieh Ja... Kurzen Prozess Nehm ich das hier noch mit Ja hier, das ist so ein bisschen wie Erde, obwohl ich weiß nicht genau Ne, was ist das denn hier, wo ich hier drauf rumhacke Ist irgendwie undefinierbar Cobblestone Cobblestone Das soll wohl auch Cobblestone sein, aber Dafür buddelt man sich fast schon ein bisschen zu schnell dadurch So Ich weiß, ich gehe hier auch mal hoch Alter, willst du mich verarschen? Was denn, was denn, was denn? Alter, ich habe einen riesen Flöß gefunden Ich weiß nicht, was ist es? Kopper? Ist es Kopper? Alter Ist das viel Kopperohr Ey, Alter Oh mein Gott Ich bin da Links oben Links oben ist Gold Oh, Heu Warum ist Heu im Untergrund? Verstehe ich nicht Ja, weil vielleicht leben die hier teilweise noch Weißt du, aber halt nur noch so spärlich, wie dieser eine Nomad da, der was verkauft Was mich wundert, wir sind ja schon weit Also wir sehen ja jetzt nicht genau, wo wir sind Von der Tiefe her Gibt ja keine Map oder so Ähm Aber, dass uns noch nicht richtig kalt ist Das für Ich habe jemanden gesehen Jawoll, die hole ich mir gleich Ach, da oben reicht es ja sicher Ach, da düst er wieder selber hin, wa? Was? Nö, ich wollte Du hast da oben links noch was vergessen, Alter, an der Wand War das hier, ach so das? Ja, wir nehmen doch alles mit, das ist Eisen Äh, oder ne, das ist nicht Das ist Das ist Silber Nein Was ist es denn? Werde ich jetzt gleich wissen Koal Ein Koala, cool Mhm In der Erde Im Stein Im Koppelstau Nein, das ist ein Koala, wer kennt den nicht Ja Aussterbender Rasse Ja, 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 ja Sind aber auch süß Die sind auch süß Ja Aber die können sehr hart zu einem sein Ja Hast du mal Ja Hast du mal mit einem was und Naja, der Hat mich da mit Steinen beworfen Achja, und später hat es sich dann Voldemort genannt Genau Ist Neville jetzt tot? Ja, Neville ist tot Ja, Neville ist tot Ja, Neville ist tot Alter, das hat sich ja schon richtig gelohnt hier, oder? Ja So Hast du eigentlich noch deine alte Steinspitzhacke? Ja, die habe ich auch noch Hm? Und deine Kupfer, hat die auch so Balken, die sich abnutzen? Ja, hat die auch Ja, klar Aber, ähm Äh, ja, wesentlich, wesentlich weniger, ne? Insgesamt Ja, dann habe ich noch was gefunden, was ist das denn? Ein Karottensamen habe ich gefunden Ja, cool, Alter Wow, 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 wow Noch mehr für unsere kleine Farm Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Oben ist wieder unfassbar viel Copper Alter, ist da viel Copper Ich habe hier ganz viel Gold gefunden Echt? Ja Alter, wir können uns nachher die geilsten Rüstungen bauen, ey Ich sage es dir Es wird episch werden, Freunde Macht euch mal auf was gefasst, ey In der nächsten Folge sehen wir aus wie Captain Kirk, ey Und bauen uns die Enterprise zusammen Ja Freunde, dann geht es in andere Galaxien, ey Dann besuchen wir mal Obi-Wan Ja, obwohl das ja, ne Die Enterprise ist ja schon eher Star Trek, ne? Meinst du denn Star Wars und Star Trek könnten in einem Universum spielen? Ich glaube Ich glaube schon Meinst du das geht? Ja Hast du denn beides schon mal gesehen? Ja Okay Weiß nicht Irgendwie, also klar Vielleicht nennen die das einfach nur anders Weil im letzten Teil Ich weiß nicht genau Außer dass bei Star Trek keine Laserschwerder gibt Hast du den letzten Teil gesehen? Hier mit Kahn und so Into Darkness Ja Ja Da war ja, also der hat ja quasi auch so Äh, so Superfähigkeiten gehabt, ne? Ja Und da frage ich mich halt Ist das vielleicht einfach die Macht? Ist der vielleicht ein Sith? Weißt du, was ich meine? Wenn der jetzt Ein Jedi Ja, ne, aber Ja, obwohl der ist ja nicht Oder ein Sith, ja, ein Sith Er ist schon, er benutzt das ja schon eher für böse Sachen, ne? Diese eine Bombe, die da hochgeht Ist ja jetzt schon mal Nicht so nett Würde ich jetzt mal behaupten Jaaaa Aber, 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 aber Ne, ich wollte nur auf deine Theorie hin Ob, ob, ne Ob die beiden Universen denn zusammen gehören könnten Und wenn man eben davon ausgeht, dass Dass Kahn einfach vielleicht nur ein Sith Lord ist Oder sowas, weißt du? Weil der hat ja... Heißt ja nicht John Harrison Ja, aber der heißt, ja, ja, aber der Also als, 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 als Gegner wird der Kahn genannt, glaub ich Wenn ich mich richtig erinnahe Ist auch lange Zeit an der Serie Die hab ich zwar damals nicht so richtig gesehen, weil die relativ Also Star Trek Serie selber, die ist relativ Langweilig, würde ich jetzt mal behaupten Da können jetzt viele sagen Basti, hast ja keine Ahnung Ja, das kann sein Aber, es ist irgendwie nicht ganz so mein Ding gewesen Also, muss ich einfach mal so sagen Es war nicht ganz so interessant, fand ich jetzt Oh, ich muss was essen Oh, oh Ich muss unbedingt was essen Ähm Bei mir blieb ich schon Ja Ich hör was Hörst du das auch? Nein Nein, ich hab ne Alter Boah Bei mir hab ich schon dieses Geräusch gehabt So Äh, gleich, gleich stirbst du Wirklich? Ja Also ich hab, bei mir hab ich das gehabt, ne Jetzt nicht für dein Essen Sondern, wie meins Bist du, wo bist du hin? Bist du weiter runter? Ja Warum machst du denn du das? Ganz Zeit sterben Ne eben nicht Ich hab ne Gold abbauen, hab ich doch gesagt Ich hab unten ganz viel Gold gefunden So, ich bin hier immer noch oben Die ist echt ertragreich, die Höhle Hier oben ist nochmal ganz viel Eisen am Start Ich weiß halt nicht wie viel wir von jedem brauchen Aber ich halte es schon für sinnvoll Dass wir uns da Äh, ja, ran halten Und, äh, so viel mitnehmen Wie wir eigentlich können Ja, ist auch sinnvoll Weil dann Müssen wir jetzt nicht direkt nochmal Äh In so ne Höhle Also was ja durchaus interessant ist Weil hier ist Ne, wir haben ja hier schon ein Dungeon gefunden und so Da kann man ja jetzt nicht über, äh Mangelnde Abwechslung sprechen hier Sondern da ist ja schon einiges wird hier geboten Muss ich ja mal so sagen Ich hab dir ja endlich mit gerechnet Oder? Hä, was? Alter, hörst du doch mal zu? Ja Hast du hier diese Laternen hingepflanzt? Wir wissen doch schon, dass da überall so Laternen waren und so Also hast du nicht die Laternen hingepflanzt? Glaube nicht, nein Na gut Ach Warum liegt der Stroh? Loll Kann man schlafen? Was? Ja Sindst du da nackig drin? Ich bin da nackig im Heuhaufen, Alter Also warum liegt der Stroh, wa? Lass mich dazu Oh, warte mal Sieht aus wie ne Wurst, die da reingelegt wurde Oh, hier mit dem Penetrator Mit dem Penetrator, Mario Oh, ja What the fuck Es geht aber nicht so schnell wie dieses Hyberspace Oh, da oben sind ganz viele Geldkassetten Unter uns ganz viel Gold Oh, du hast recht Und da ist auch ganz viel Silber hier Guck mal, hier ist auch Silber am Start Alter Und Eis Hier ist Eis Ist das Eis Oder ist das nur blaue Erde Das ist so blaue Erde, Alter Wir sind einfach wieder ein bisschen höher Oh, das ist Sand Sand, okay Ja, wir gehen gleich eh wieder Ein bisschen tiefer noch Also wir wollen ja quasi nicht hier oben vergammeln nur Aber ich sag mal so Guck mal, da unten ist auch schon wieder Silber angesagt Und so, ich sag mal so Je mehr wir jetzt einfach hier nehmen Desto geiler ist das einfach Weißt du? Ja Also ist einfach so Und äh Da oben sind aber auch noch ganz viele Geldkassetten Da könntest du dir jetzt genug Geld wahrscheinlich holen Um dir dann eine Silberpickaxe zu kaufen Aber da müsstest du wieder zurück halt Ich weiß halt nicht Äh, ja, mach ich hier, warte, mach ich Das jetzt mal ganz kurz Wie ich den Weg noch finde, scheiße Komm, lass mich raus So Da oben reicht Da musst du aber erst, musst du was hinbringen Und dann Ups Genau, und dann gehst du sterben und äh, dann läuft das Komm Wo ist meine Erde? Da Hä, warum baut der nicht weiter ab? Ah, jetzt Alter, was für ein Stuff hier in der Höhle Das ist ja der Hammer, ey So viel Glück Musst du erstmal Wie, äh, steht bei dir irgendwie überhaupt was? Steht bei dir eine Stärke dran von dem Hammer? Steht da nicht dran, ne? Also bei mir Doch, bei mir steht da, wenn du mit der Maus drauf hältst Steht da Damage per Second Du hast 9 Nein Ich hab 10 mit meinem, äh, zwei Hände, äh, Spear Ähm Oh, krass Ja, ich hab 10 Swing Speed ist 72 Und Damage per Swing 14 Was hast du bei dir? Ähm, ich habe Swing Speed 1.6 und Damage per Swing 5 Krass, das ist aber viel weniger Ja, ich glaub, da hat das Schwert von dir mehr gemacht Warte, guck ich jetzt mal Schwert Ne, es hat nur 5 gemacht Insgesamt, oder was? DPS, oder was? Ne, DPS ist es gleich, 9 Es schwingt zwar schneller, macht aber weniger Schaden Ja, aber, hä, 5 und 5 ist doch Schwachsinn Du hast doch bei dem anderen jetzt auch 5 beim Hammer Ne, beim Hammer habe ich auch 5 Ja, eben Hä? Dann ist das Schwert doch sinnvoller Weil du bist ja schneller mit Na, da hast du recht Also finde ich jetzt Alter, was für ein Stuff hier drinnen ist Es ist unglaublich Hier, diese Höhle ist einfach der Hammer Ja, Leute, es tut mir leid, aber da müssen wir Da müsst ihr jetzt durch Ich meine, wir müssen uns mal vielleicht mal ein paar Ein paar Themen irgendwie zurechtlegen Die wir mal gerade besprechen können Ähm Oma hat ja eh, ist ja eh noch, äh Euch noch einschuldig, weil, äh Ne? Krass Deine Trends Rubrik ja nicht mehr Hier Die wollten ja alle, dass du, dass du hier diese Homers, äh Bibelstunde da, ne? Also musst du eh noch ein paar Themen hier vorschlagen Gleich mal Gibst du, wirst du dir eigentlich, äh, genau Das ist auch vielleicht eine gute Frage Wirst du dir eine Next-Gen-Konsole holen? Ist das so? Bis jetzt noch nicht, ne Ne? Die sind mir doch zu schwach, würde ich mal behaupten Ja, im Gegensatz zu PC ist natürlich sind sie zu schwach, ja Aber, äh Ich meine gut, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Titel an, ne? Ja, jetzt ist noch Kacke draußen, also Da hatte ich jetzt wieder noch irgendwie keinen Grund drin, irgendwie Oh, das Spiel brauche ich unbedingt, das Ja, weil ich hab gestern eine Sendung, ich hab gestern eine Sendung gesehen, ähm Oder, das heißt eine Sendung, Gamescooper heißt das Das ist von IGN Ähm, und da reden die dann, da haben die irgendwie Most Anticipating Games für das Jahr 2014 Also welche Spiele man am meisten erwartet nächstes Jahr Und da wurden dann, da hatten die vorher so eine Abstimmung quasi von den Zuschauern, äh Oder von den Readern gemacht, äh, machen lassen, das heißt, äh Die konnten ganz genau sagen, wie viel, äh, welcher Reader was wollte sozusagen Und da haben die ganzen Reader, äh, zum Beispiel im Bereich Shooter, äh, als erstes für Destiny abgestimmt Ich glaub, das zweite war Titanfall, das hätte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt, schonmal Weil, also, Titanfall hätte ich jetzt doch etwas stärker in Erinnerung, so für mich jetzt Ähm, dann, äh, was war noch, was war denn noch? Ich glaube, Halo war auf Platz 5 nur Und da meinte irgendeiner von den anderen, dass, äh, dass viele der Meinung sind wohl, dass Halo 4, glaub ich, äh, das Genre, oder, ja, äh, die Halo-Serie kaputt gemacht hat Wie ist das denn bei euch hier, meine lieben Zuschauer, äh, spielt jemand von euch Halo? Hat jemand von euch Halo 3 gespielt oder sonst irgendwas? Weil ich persönlich hab mal Halo 3 gespielt und, ähm, das hat mir gut gefallen Und jetzt, wo das neue Halo 4 rauskam, also jetzt mal die anderen Teile rausgelassen, wie das Reach und, äh, wie ist das? ODST oder wie? Ähm, äh, wie, wie, wie gefällt euch Halo? Spielt ihr das immer noch so viel, wie ihr damals Halo 3 gespielt habt? Oder spielt ihr jetzt nicht mehr so? Ich will mir jetzt auch nicht, ähm, erlauben zu sagen, äh, dass das schlechter ist automatisch Also ich hab jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, ich fand das, den Singleplayer echt gut, ähm, aber, äh, äh, im Multiplayer, ich spiel's tatsächlich im Multiplayer gar nicht Halo 3, Halo 3 hab ich im Multiplayer noch ein bisschen gespielt, muss ich sagen Dazu kannst du wahrscheinlich gar nichts sagen, oder? Ne Ne Das ist wahrscheinlich nicht so dein... Ding da Ich hab meine einzige Konsole bisher ne Gamecube und danach ne Weaver Du bist so ein Nintendo-Kerl Ja Hast du, ähm, denn auch schon das neue Zelda gespielt? Ne, noch nicht Also nicht das HD, ne, sondern das, äh, äh, Between Two Worlds Ja, Link Between Worlds heißt das ja, genau Ist das nicht nur für ein DS draußen? Ja, ja, ich dachte vielleicht hättest du ja auch ein... Ne, ne, DS hab ich nicht Ja, ich hab nämlich zwei, drei DS, ähm, weil ich hab einen von meinen Kumpels zum Geburtstag geschenkt bekommen Äh, die haben mir diesen Special Golden Dingens da geschenkt, voll geil Und, äh, das ist so ein 3DS XL Und, äh, geht voll ab, geht einfach voll ab, das Game Ich hab's einfach mal in ein paar Tagen so durchgezockt, durchgesuchtet, einfach LOL, ein Vieh, was Laserdinger schießt oder was, what the fuck Aber ich one-hinte die immer noch, oder? Das ist sehr gut Dann hast du wenigstens schon mal ne richtig starke Waffe Ja, die ist, die ist nicht schlecht auf jeden Fall Das einzig blöde an der ist, man hat natürlich ne andere Range Man darf nur, man kann nur gerade quasi bei den Gegnern sein Wenn die Gegner über einem oder sonst wo sind, kann man dem Schwert, den Schwinger zumindest, noch ein bisschen Damage machen Das geht bei dem Speer natürlich nicht, der geht nur straight nach vorne, weißt du? Der hört mir wieder nicht zu, der Homer ist wieder in irgendwelchen Welten abgetaucht Nö Ja, kann sein, ne, also ist halt Ich hab halt den Hammer gehabt, der ist halt Der schwingt halt komplett von ganz oben nach ganz unten rüber Aber der ist halt langsam Machen aber pro Schlag irgendwie auch nicht mehr als ein Schwert, das ist irgendwie auch dumm Also meine Eisenspitzhacke, muss ich sagen, meine Sibberspitzhacke ist auch gleich schon wieder hin Was heißt gleich schon wieder hin, das jetzt nicht, aber Doch, die hat ihren Dienst bald erledigt Ich kann mir sogar ne Goldspitzhacke leisten Soll ich die mal holen? Ich weiß halt nicht, ob das besser ist, ich weiß nur, dass in Minecraft zum Beispiel wurde mir gesagt, dass Gold nicht wirklich besser ist als